Es war ein unglaublicher Tag gestern und der krönende Punkt war am Schluss der Sieg oben drauf. Er bleibt unvergessen für jeden von uns und ein riesiges Kompliment an die ganze Mannschaft. Ich denke wir sind gestern extrem gut in der Defensive gestanden, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir dort wirklich einen Moment lang extrem viel Druck gemacht und man hat gemerkt wie Österreich ein wenig unsicher geworden ist im Angriff. Ich glaube das ist dort vor allem der Knackpunkt gewesen und dass wir dann vorne auch ruhig geblieben sind und haben mit vier Goalen wegziehen können. Die Schlussphase auf dem Feld war einfach nur noch schön und emotional. Es war gestern ein strenger Tag und das war einfach ein mega schöner Abschluss. Das haben wir uns mega verdient und mit dem Schlusspfiff ist einfach auch eine Last abgefallen. 10 Stunden Reise und jetzt können wir so richtig in Ägypten angekommen und das Turnier weiter geniessen und gehen natürlich jetzt mit grossem Selbstvertrauen in die nächsten Partien. Die Welt